In diesem Video rede ich über den mysteriösen Tod eines der vielleicht größten spirituellen Lehrer, die wir hier auf der Erde jemals hatten. Gleichzeitig ist dieser Mensch gefühlt in Deutschland relativ unbekannt und das gilt es zu ändern. Nicht zuletzt mache ich auch dieses Video hier. Gekommen bin ich darauf, weil ich Ende 2018 einen Spaziergang gemacht habe mit einem sehr engen Freund von mir. Ich kenne ihn bereits aus dem Kindergarten, mittlerweile seit über 25 Jahren. Wir redeten oft über Bücher, über Literatur. In diesem Spaziergang erzählte er mir mit so einer inspirierten und ergriffenen Art und Weise über ein Buch, wie ich ihn in den Jahren vorher noch nie habe reden hören. Ich bin ehrlich zu dir, mich hat das Buchcover nicht angesprochen. Mir hat der Name nichts gesagt, des Herren zu dem Zeitpunkt und auch die Kultur und das Herkunftsland von ihm. Da hatte ich keinen Bezug zu, hatte ich keine Affinität zu dem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch gelesen und ich erzähle dir das hier aus folgendem Grunde. Ich weiß, wir leben in einer mega schnelllebigen Zeit und vielleicht hältst du gerade dein Handy in der Hand und merkst dazu, jetzt schon auf ein anderes Video zu klicken, weil du denkst, wann kommt der Herr mit Bart denn endlich zum Punkt. Es hat seinen Grund, warum ich hier diesen Loop öffne und diesen Schwenk dir erzähle, denn eventuell wirst du das kennen, dass wenn du den Kontext von Geschichten kennst, die Geschichten noch viel tiefer oder näher an dich herankommen und vielleicht mehr auch in dir selbst bewirken, als wenn du einfach ein Video siehst und auf das nächste klickst. Deshalb möchte ich diesen mysteriösen Tod dieses Menschen etwas einbetten. Das Buch ist dieses hier. Es ist die Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Er hat damals den heiligen Titel bekommen, ich glaube einer der größten Titel in Indien, Paramahansa. Und dieses Buch ist nicht nur das Buch, was Steve Jobs als letztes Buch vor seinem Tod auf seinem iPad gehabt haben soll. Es soll außerdem so sein, dass Steve Jobs dieses Buch jedes Jahr, 40 Jahre vor seinem Tod, gelesen haben soll. Ich bekomme da kein Geld für übrigens. Ich habe keine Kooperation mit denen, nichts. Und auch die Beatles haben beispielsweise das Buch regelmäßig verschenkt. Präsident Coolidge hat damals Instruktionen bekommen von Yogananda über gesundheitliche Themen unter anderem. Und viele andere, auch Prominente, waren unglaubliche Fans von dem Herren. In diesem Buch stehen so viele Wunder, die so kurios sind, dass ich sie erstens hier in diesem Video nicht thematisieren möchte, weil, wenn mir damals jemand erzählte, was da drin stand, stände, hätte ich das Buch nie gelesen. Das wäre für mich so weit weg gewesen von allem, was Realität für mich ist, dass ich das Buch wahrscheinlich nie gelesen hätte. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich einige Teile hier aus diesem Buch aufgreife, dass es dir eventuell genauso geht, dass auch du dieses Buch nicht lesen würdest. Ich würde es dir aber wärmstens empfehlen. Auf ganz vielen Ebenen widerspricht die Inhalte dieses Buches der westlichen Wissenschaft komplett. Komplett. Es lässt sich nicht mit unserer westlichen Wissenschaft in vielen Bereichen vereinbaren. Tut es nicht. Und ich bin kein Freund von Extremen. Ich bin kein Freund zu sagen, alles, was nicht Wissenschaft ist, ist falsch oder was wir nicht wiegen, messen, sehen können, gibt es nicht. Eigentlich sehe ich nicht so. Ich bin aber auch niemand, der, ich sag mal, einen spirituellen Fundamentalismus aufweist und gegen die Wissenschaft hetzt. Ich glaube, die Wahrheit liegt meist irgendwo in der Mitte und so auch hier. Nichtsdestotrotz, das Buch ist voll mit, man muss schon fast sagen, Wundern, die mich unglaublich irritiert haben, auch inspiriert haben. Mich würde deine Meinung danach sehr dazu interessieren. Aber jetzt möchte ich erst mal zu dem Tod des Paramahansa Yogananda zu sprechen kommen. Denn das ist auch wieder eine weitere Kuriosität. Ich habe recherchiert. Ich habe keinerlei negative Inhalte über Yogananda finden können. Das ist anders, wenn man über Osho beispielsweise recherchiert. Da findet man genug negative Sachen. Das ist auch anders, wenn man über sehr viele andere spirituelle Lehrer recherchiert. Bei Yogananda ist es nicht so. Ich konnte nichts finden. Und der Tod von Yogananda alleine war unglaublich mysteriös. Ich möchte den hier an dieser Stelle mit dir teilen. Los geht's. Also Yogananda starb am 7. März, ich meine 1952, ich muss gleich nochmal schauen. Hier sieht man ein Bankett, auf dem er am selbigen Tag gesprochen hat. Hier steht Yogananda. Und er sollte die Hauptrede oder einer der Hauptreden an dem Abend halten. Die Stimme, die wir gerade hören, ist von einem seiner Schülerinnen. Die sagte, dass er am Abend davor durch das Hotel gegangen sein soll. Und ihr gesagt haben soll, weißt du, es ist nur noch eine Frage von Stunden. Und ich werde weg sein. Das war Kriyananda, auch ein Schüler von Yogananda. Und er sagte, dass Yogananda, also er immer gesagt haben soll, dass wenn er stirbt, wird er über My India and My America sprechen. Nicht in einem egoistischen Sinne, das sind meine Länder. Nichts läge ihm wahrscheinlich ferner. Aber Yogananda war immer ein Freund davon, die östliche und die westliche Welt zu vereinen. Die amerikanische Wissenschaft quasi, das Hinterfragen, das Skeptische, die wissenschaftlich-akademische Herangehensweise, genauso wie die uralten spirituellen Traditionen Indiens, die es aus seiner Sicht zu vereinen galt, würde ich unterschreiben, sehe ich ähnlich. Weiter geht's. See me then, O Lord, from the bondage of the body, that I may show others how they can free themselves. Lotus, scenic beauty and sages, thy white doors are opened, welcoming God's two sons through all the ages, where Ganges would Himalayan cave and men dream God. Er hielt also diese Rede auf diesem Bankett am 7. März und sagte vorher einen Tag, dass es nur noch eine Frage von Stunden sei. Dann las er unter anderem aus diesem Gedicht vor, was hier gerade unten parallel zu lesen war. Und dann ging es so weiter. He finished saying, I am hollowed, my body touched that song and then collapsed to the floor. As I milled over his body, tremendous force entered this body. Nachdem er seine Rede zu Ende gehalten hat, soll er angeblich seine Augen auf sein drittes Auge, auf das Christuszentrum, auf die Stelle, auf dieses Chakra gelegt haben und dann eben umgekippt sein und tot gewesen sein. Das war aber noch nicht alles. Ich habe weiter recherchiert. Bei Wikipedia findet man Folgendes. Auf einer USA-Reise im Jahr 1952 erlitt Yogananda im Los Angeles Baltimore Hotel während einer Rede zu Ehren des indischen Botschafters Binai Ranjanzen einen tödlichen Herzanfall. Jetzt kommen wir schon zu der Krux zwischen Wissenschaft und zwischen Spiritualität. Es gibt bei den Yogis eine Technik, wo man bewusst, ich glaube man nennt das den Maha Samadhi, müsste ich jetzt selbst nachschlagen, wo man bewusst seinen Tod herbeiführen kann. Und seine Schüler, seine Anhänger, sind sich ziemlich sicher, dass er genau das da gemacht haben soll. Ich möchte dir noch einen kurzen Ausschnitt zeigen. Und zwar ist das Kriananda, den du eben schon gesehen hast. Und er sagt hier in diesem Video folgendes. I have a big day tomorrow, he said. Zu Kriananda, der auch in dem Hotel war, in dem Baltimore Hotel, sagte er einen Tag vorher I have a big day tomorrow. Also es ist ein großer Tag morgen. Walking toward the elevator, he paused at the door, then repeated I have a big day tomorrow, wish me luck. Er soll dann zum Aufzug gegangen sein, nochmal angehalten haben, sich nochmal umgedreht haben und nochmal gesagt haben sollen, ich habe einen großen Tag morgen, wünsche mir Glück. The following day, March 7th, he came downstairs to go out. He was scheduled to attend the banquet that evening at the Biltmore Hotel in honor of the Indian Ambassador. Imagine, he said, I've taken a room at the Biltmore. That's where I first started in this city. Then he repeated, wish me luck. Master had asked me to attend the banquet with Dick Hames, the popular singer and movie actor. Dick had recently become a disciple and had taken Kriya initiation from me. Ich mache mal ein Stückchen vor. Hier kam eine Stelle, die ich noch gerne mit dir teilen wollte. For my sunny, grand old India. Once too, in a lecture, he had stated, a heart attack is the easiest way to die. That is how I choose to die. Also sein Schüler Kriyananda, den du hier im Blau siehst, hat gesagt, dass es ein oder zwei Vorlesungen gab oder beziehungsweise Predigten Gespräche von ihm gab oder Aufzeichnungen von ihm gab, in denen er gesagt haben soll, dass ein Herzinfarkt oder ein Herzstillstand die einfachste Art und Weise zu sterben ist und dass er sich dieses eben aussucht, um zu sterben. Jetzt stehen wir an folgendem Punkt. Und zwar ist er ein spiritueller Lehrer mit einer unglaublich positiven Reputation, mit einem super Ruf. Es gibt keinerlei Kritiken, die ich bisher finden konnte. Der Wikipedia-Artikel liest sich authentisch. Ich habe viel von Zeitzeugen gelesen und gehört, was auch alles authentisch klingt für mich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Menschen, die seine Schüler waren und sich seinen Lehren verschrieben haben, natürlich möglicherweise eine gewisse Bias haben, dahingehend Dinge in seinen Gunsten auszulegen, was verständlich ist, was zumindest normal ist. Gleichzeitig ist es schon sehr auffällig, wenn verschiedene Schüler sagen, er hat immer gesagt, er wird sterben, wenn er von seinem India und seinem America spricht, und dass er einen Tag vorher zu ihm gesagt haben soll, zu Kriyananda, ich habe einen großen Tag morgen, wünsche mir Glück, dass er zu seiner Schülerin gesagt haben soll, einen Tag vorher, es ist nur noch eine Frage von Stunden. Und dann wirklich genau an dem Tag starb, auf die Art und Weise, die er sich offensichtlich gewünscht hat. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ihn hat zufällig einen Herzinfarkt in dem Moment getroffen, ist denkbar. Und die andere Möglichkeit ist, er hat auch hier seinen Tod bewusst herbeigeführt und initiiert. Das wäre schon ungewöhnlich, aus heutiger wissenschaftlicher Sicht, würde ich sagen. Und das ist aber nicht alles. Was dann geschah, hat mich noch mehr überrascht. Es gibt nämlich eine, soweit ich weiß, notariell beglaubigte Aussage von dem Friedhofsdirektor des Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles, wo der Körper von Yogananda eben begraben ist. Und ich möchte das hier mal einmal vorlesen aus diesem Buch. Denn normalerweise ist es so, dass ich glaube, ein bis zwei Tage nach dem Tod eines Menschen treten die ersten Verwesungserscheinungen auf. In dem Buch, aber ich habe das auch auf anderen Seiten entnehmen können, steht folgendes. Das Ausbleiben jeder Verfallserscheinungen am Leichnam Paramahansa Yoganandas stellt den außergewöhnlichsten Fall in unserer ganzen Erfahrung dar. Selbst 20 Tage nach seinem Tod, also quasi drei Wochen nach seinem Tod, war kein Zeichen einer körperlichen Auflösung festzustellen. Die Haut zeigte keine Spuren von Verwesung und im Körpergewebe ließ sich keine Austrocknung erkennen. Ein solcher Zustand von Unverweslichkeit ist, soweit wir das aus Friedhofsanalen wissen, einzigartig. Es war so, das steht auch ferner, als der Körper eingeliefert wurde, erwarteten die Friedhofsbeamten natürlich, dass sich allmählich, wie bei jedem Leichnam, die üblichen Verfallserscheinungen einstellen würden, Verwesung und Co. Austrocknung. Und mit wachsendem Erstaunen sahen sie jedoch einen Tag nach dem anderen verstreichen, ohne dass diese Erscheinungen einsetzten. Yogananda soll in einem gläsernen Sarg gelegen haben, damit sich seine Schüler und Angehörige, wahrscheinlich primär die Schüler damals, noch von ihm verabschieden können. Und hier steht, Yoganandas Körper befand sich einscheinend in einem erstaunlich unverweslichen Zustand. Kein Verwesungsgeruch konnte während der ganzen Zeit an seinem Körper wahrgenommen werden. Die körperliche Erscheinung Yoganandas war am 27. März, kurz bevor der Bronze-Deckel auf den Sarg gelegt wurde, dieselbe wie am 7. März. Er sah am 27. März genauso frisch und vom Tode unberührt aus, wie am Abend seines Todes. Er lag also am 27. März keine Veranlassung vor zu behaupten, dass sein Körper auch nur das geringste Zeichen der Zersetzung aufweise. Aus diesem Grunde möchten wir nochmals betonen, dass der Fall Paramahansa Yoganandas unseres Wissens nach einzigartig ist. Meine Frage an dich ist, wenn du so etwas hörst, wie denkst du darüber? Denn man kann zu vielen Dingen keine Meinung haben, aber das ist, glaube ich, so ein Thema, wo es sehr schwierig ist, keine Meinung zu haben. Denn entweder all das ist authentisch, die notariell beglaubigte Urkunde von dem Friedhofsdirektor ist authentisch, sein Lebenswerk ist authentisch, dann müssten wir, glaube ich, einige Aspekte der westlichen Wissenschaft grundlegend neu hinterfragen und neu denken. Was ich damit meine, wirst du spätestens wissen, wenn du das Buch gelesen hast. Und wenn du das Buch schon gelesen hast, schreib mir bitte einmal deine Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich werde definitiv darauf auch antworten, weil das ein Thema ist, was mich selbst sehr beschäftigt. Oder sagst du, ja, das biegen die sich alle irgendwie zurecht, aber das kann gar nicht sein, das widerspricht jeder Wissenschaft, Scharlatan. Das ist meine Frage an dich. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken, was du darüber denkst. Lass es mich wissen. Wenn du mehr haben möchtest von solchen Videos, schreib in die Kommentare. Schreib auch gerne, auf welchen Menschen, auf welches Video gerne konkret, ich sonst noch reagieren sollte. Und wir sehen uns spätestens dann im nächsten Video, beziehungsweise eher du mich dann wahrscheinlich. Bis dahin, schöne Zeit. Adios.